Wir können ja mal Party-Modus machen und machen einfach mal aus dem Ball ein Ei. Ach Gottchen, können wir mal machen. Man kann sogar die Ballgröße verändern, klein, groß. Wir machen mal ein großes Ei. Das wird lustig. Und dann spielen wir auf Zuckerland. So, herzlich willkommen. Können wir? Ja, 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 alles gut. Können wir. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt... Das kann... Großes Ei! Das kann man... Ach Gott. So. Ja, herzlich willkommen. Also drüben bin ich schon mal. Okay. Es ist aber auf jeden Fall interessant. Da rollt nämlich nicht der Hüpfchen. Ja. Bei der Hüpfchen wieder ins Wasser. Oh! Double Bogey! Mit einem großen Ei. Ja, ich komme aber nicht aus dem Wasser raus, so gerade. Ach Gott, Alter. Ja, mein. Ja, mein. Na, mein. Ja, mein. Ja, mein. Nicht wirklich, oder? Ja, Alter, so schlimm. Erste Loch schon 4-7 Schläge heißt. Also ich fall immer raus. Ja, ich auch. Aber du wolltest ja das Ei haben. Und im Loch für 5 Schläge. Wie auch immer du hast irgendwie die da hinbekommen. Ich komm in dieser scheiß Rainbow-Boot nicht wahr? Dieser Rainbow-Ding. Ich hab so einen Doppelsprung aufgehoben, ab die Ecke drückt. Dann ist das Ding zwar mal gehürft gegen Süßigkeit und ins Loch. Ja, und ich komm hier nicht weiter. Ich bin ja wahrscheinlich trotzdem... Oh, Mann. Ich komm hier nicht weiter. Ich hänge da drin fest in dem Learning. Wir können auch eine andere Form machen, wenn du willst. Ja, alles gut. Dann verkacken wir es halt. Das ist halt so. Ich komm nicht da raus. Ich hänge jedes Mal... Hey, glitsch dich irgendwie runter in diese scheiß Dinger wieder rein. Kommt wieder. Das ist gleich in die gleiche Ecke. Du hast auch noch scheiß Glück dabei, weißt du. Das ist halt so. Ich glaub 15 Schläge sind so ein Party-Modus. Ich hab keine Ahnung. Ich komm nicht mal so weit. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vier Schläge kriegst du oder willst du noch eine Strafe? Ey, ernsthaft? Ja, du kommst doch noch mit einem Scheiß Ding da durch, ey. Ach, komm schon Spielen. Ich komm nicht da durch. Boge. Diese Spiele hast du nicht gerade, richtig? Nee, ich stoppe weiter durch. Wie gesagt, ich kann auch nochmal verändern, wenn du willst. Nein, alles gut. Ich spiele das jetzt durch. Ich gebe nicht auf. Komm, komm, komm. Jawoll. Eine Honigfalle. Fuck you, ey. Da rutscht er wieder hinten. Ich bin so gut dabei gewesen. Verdammt, du kommst durch das mittlere. Du schaffst noch durch mit. Ich dachte, du gehst die mittlere Röhre. Ich hab da was hingelegt für dich. Nö. Ich hab doch schön die Honigfalle drin. Also wer hier gut ist mit dem Ball, der muss schon wirklich was drauf haben. Ach komm schon, der springt wieder weg. Der will jetzt ja mit zwei Dingern warten. Du willst das Ding auf Part 2 spielen hier. Fuck you, Digga. 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 Ich komm gar nicht weiter, der springt mehr. Jetzt im Moment springt er mir rechts weg. Oder links weg. Da hab ich aber auch vorne für das Gang an der Stelle. Ja, ich hab da... Was heißt, du bist schon wieder drin, oder was? Ja, das müssen wir auch gewinnen hier. Da mach ich mir gar keine Gedanken drüber. 11 Pflege. 9 über ein paar. Wie gesagt, das Ding ist, gewinnst du. Da mach ich mir gar keine Gedanken drüber, dass das irgendwie anders ausgeben würde. Also, ich hab das Prinzip hier, wie auch mal kommt. Ja, das ist ja der Grund. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Natürlich, ich weiß, auf der Ebene ein Ding springt er mir oben drüber. also ich weiß wenn wir einen minikopf spielen gehen zusammen dann nehmen wir keine hartgekochten jetzt verwandelt ich hatte da ich hatte den nein ich verliere jetzt rein naja fangen wir raus double bogey ja herzlich willkommen ach komm schon ich sag mal so wenn man wahrscheinlich jemand das als normal als ball lässt und lieber als power-up so eine veränderung hat ist das glaube ich lustiger als wenn man dauerhaft damit spielen muss du wolltest das große ei ich wollte es zu mir passend machen ja das zu dir zu niedrig fall doch ich komme nicht immer mit dem scherzding vorbei weil der mir jedes mal wieder rein springen sollte unter der karte liegen lecker mir ja schon eine scheiße du bist wieder drin oder was ja das ding hat auch drüber ohne oh mein gott naja nein das war nicht schlecht eigentlich Ja, ist gut. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, was du gerade getan hast. Aber ich bin jetzt ein kleiner Hund dabei. Bleib, 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 ja. Ja. Das ist ein kleiner Hund dabei. Ja, du bist ein kleiner Hund dabei. Nein. Bei mir bleibt ja der Aufmerksamkeit liegen. Ja, dein Modus ist auf jeden Fall dein Modus hier. Ja, das wird glaube ich dein erstes All in One, ne? Wo du über die Schokoladenrutsche bist. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Weißt du noch, wie du dann sagst, ich bin über die Schokoladenrutsche ins Loch. Ja, geil. Okay, das war einfach so fertig. Du bleibst da hin, Jonas. Ja, fahr. Genau. Bleib jetzt liegen. Ach komm, ich fahr wieder runter. Boogie. Ja. Aha, ich darf also kein Item mehr mitnehmen. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil du noch eins hast? Nein. Ach komm schon, ey. Geh doch einmal rein. Nein, ich muss doch davor liegen bleiben, ey. Und jetzt müssen jetzt mal gleich reinigernziehen. Oh na, ich bin jetzt mal fertig rein. Gut, ist seventeen extra. Ähnlich. Ich hoffe, deine Scheiß-Holischwelle. Ich habe aber davor liegen. Doppelboge. Nein, Mann! Warum war denn der rollt denn den Schatz? Der bleibt liegen und rollt dann doch nochmal zurück. Ja, wie gesagt, das Ding gewinnt. Wahrscheinlich mit 100 Schlägen Vorsprung oder so. Man meinte es definitiv nicht. Acht Stück. Ah, gut. Ich gehe mal hoch. Ich gehe mal hoch. Erstmal das. Ich gehe mir ein bisschen vor und dann lau ich den mit Kraft da hoch, wenn es gehen würde. Du kommst gar nicht da hoch. Bogey. Natürlich. Ich bin jetzt... Ich komme gar nicht. Oder mehr. Das mittlere Dings? Ja, ne? Bei meinem Glück bleibt diese Scheiß-Eier auch noch in der Rutsche liegen. Ach, leck mich doch. Alter, dieses Spiel... Dieses Ding... Ja, roll zurück, weißt du. Roll zurück an den Start. Ach, komm schon, ey. Weißt du, ich lieg bitte in der Rutsche. Bleibe liegen, werde zurück gespawnt und roll wieder zurück. Ja. Ey, wie kann man... Wie kann mich ein Spiel so sehr hassen? Zweimal bleibt das Ding liegen. Das ist doch schlimm, ey. So, was willst du jetzt von mir? Natürlich kein Hold-in-One. Ah, zwei. Das passiert ja regelmäßig. Das passiert ja ja! Naern Dance. Das passiert ja nicht. Ich denke, das war mal so... Ich bin der Rutsche. Dass ich das alles vollkommen. Ich war ja nicht. Ich bin der Rutsche. Ich bin der Rutsche. Die Rutsche. Das ist ja. Das ist ja. Jetzt. Jawoll. Und ich... Schönen Arsch, Alter. Vergesse, das ist deine Unfalle, bringt dir aber nichts. Hat dir trotzdem nichts gebracht. Ich bin trotzdem auf die andere Seite reingefallen. Aber die war schön platziert. Mit ein bisschen Glück. Scheiße. Ich bin trotzdem auf die andere Seite reingefallen. Tricks Bayern jetzt. Boah, es wutscht natürlich wieder runter. Das ist ja klar. Was ist das denn? Na ja, versuchen wir es halt. Boah. 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 Yeah. Ah, wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt. Double Boogie. Das war ein schönes Ding. Machbar. Fiff. Nee, das ist mit einem Ei nicht machbar. Ich hab's mit drei ge- nee, vier hab ich glaub ich gebrochen. Warte. Du wolltest das Ei spielen. Ja, klar, aber ich sage, dieser Sprung hier ist mit einem Ei nicht machbar. aus, meinte ich nur. So, letzte Map. Gott, wir müssen da hochkommen mit voller... Willst du da hochkommen? Weiß ich auch nicht. Er rollt wieder runter und fällt da doch noch irgendwo an die Seite. Da wird sie irgendwie noch runterfallen. Ja, wie willst du jetzt da hochkommen? Bei dieses Markus. Komm schon, danke. Danke, du hast mich in den Golfball gemacht. Ja, damit hast du gewonnen. Ich... Weiß ich nicht. Meine hat gerade Spaß daran, zu sagen, egal wie, du... Du fällst runter. Ah! Ey, komm schon, Spiel! Rechts, links, drüber, weg. Und fahr wieder runter, natürlich. Okay. 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 Der war gar nicht so doof von dir gerade, die Variante. Hab vergessen. Weil ich, dass ich jetzt ein Puck bin, ist das für mich leichter kontrollierbar gerade alles. Oh Gott, shit. Bist du jetzt mal mit allem durchgekommen? Okay. Egal. Zwölf Schläge, trotzdem beschissene Runde. Das ist ein komischer Puck, der hat mich dann gar nicht geholfen. Also, ich gehe jetzt mal mit dem Teufel. Und das ist mirlandsz카덜. Ich hole mich. Also, wir können diese Runde hoch in den cachemachen. Und das ist mir jetzt egal. Und das ist mir schon, wenn ich mir alles habe. Und ihr wirklich gut ist. Ich hole mich, wie du schon, wie ich immer etwas auf Cesse. Und das ist mir gehört. Und das ist mir alles. Und das ist mir gehört. Und das ist mir leid. Und was mir gehört. Und das ist mir noch nie. Und das ist mir überhaupt nicht wahr. Und das ist mir gerade erst seit dem. eine echte katastrophe so schlimm wie es da nicht gedacht hatte war es nicht aber eine runde noch oder warum machen wir eine runde ist okay bitte okay ich will mir das einfach mal jetzt einfach angucken weil der punkt ja war wie ganz cool ich will das einfach nur wir können ja morgen mal dann wenn sie wenn wir da ist mal noch die bahn mit dem eisdruck probieren einfach mal nur jetzt gerade den zufallsmap meinetwegen wald oder so das war oben einfach mal anfangen so die erste jetzt machen und dann die weiteren mit ihr dann spielen